Hallo! Hallo! 12 Mehl Salz und Wasser 12 Mehl Salz und Wasser Alle Lebensmittel und Getränke für euch gemacht für die Gäste Vorschriften mit Mineralwasser Tee oder Brot oder Abendbrot Alles ist für euch gemacht mit Flaschenwasser Sie benutzen Brandmaterial Kamilmiss Nach drei Tagen in der Sonne riecht nach nichts und hat kein Bakterien Beste Brandmaterial Reift das Brot nicht gemischt mit Kamilmiss Das Kamilmiss unter die Eisenplatte Nachher machen wir Kamilmiss Kamilmiss nicht extra Bieter will jemandem die Hand zumachen Trinken kann man geben Keine Pflicht aber erlaubt Okay? Bieter will einer von den Leuten oder die Kinder Fakt extra für Geld unter die Hand zumachen Bieter nicht geben Ich will nicht, dass die lernen die einfachste Brot Die haben das vom Tourismus gelernt Unser Kollege leider ruft die Touristin Gibt Besuchlichkeit für die Kinder Mit der Zeit Die Kinder denken immer die bekommen was sie nicht so machen Bieter will jemandem so machen extra nicht geben Ansonsten freiwillig Ob man Trinken geben oder nicht Das ist kein Thema Alles bezahlt Wichtig ist Wir sitzen zwischen zwei Stück Holz Schutzt eurer Rücken Hand vorne, Hand hinten Füßen halten Gewicht nach hinten und positiv denken Das ist bei Start und Landung Weil gibt es schlichter Piloten Und deswegen reiß ich kein Kamil mehr Das sage ich lieber nicht Bieter Wir machen kurz mit Kamilmiss Aber wenn jemand findet das kurz und will nochmal kann Kamil tauschen und nochmal wachen Weil nicht jeder kann halbe Stunde auf dieser Ding Hau rein Ich habe ihn nicht gegeben Dann kam der andere Großer Stück Peter Es schmeckt gut Aber das spart für mich Zeit als rein runde zu gehen Ich habe ihn gegen Jesus Ich habe ihn nicht geben Das cleans roh Wir sehnen Sie müssen erkennen Es ist heiß, aber in ein paar Sekunden wiederkommen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017